G.M.Factory präsentiert Clark Ashton Smiths gesammelte Erzählungen Gelesen von Gregor Schweitzer Clark Ashton Smiths gesammelte Erzählungen erschienen im Fester Verlag Bosdorf bei Leipzig. Aus dem amerikanischen von Michael Siefener Ein edler Tropfen aus Atlantis Ich sag dir Dank, mein Freund, aber ich trinke keinen Wein, nicht einmal wenn es sich um den seltensten Kanarenwein oder den ältersten Amontillado handeln sollte. Wein ist ein Spötter, starke alkoholische Getränke machen rasend, und mehr als jeder andere kann ich die Wahrheit dessen bezeugen, was der jüdische König Salomon geschrieben hat. Leie mir dein Ohr, wenn du magst, und ich werde dir eine Geschichte erzählen, die den halbgeleerten Becher auch des zünftigsten Zechers mitten in der Luft anhalten würde. Wir waren siebenunddreißig Freibeuter, die das karibische Meer unter Barnaby Dwayl befuhren, der auch der Rote Barnaby genannt wurde, weil ihm das Blutvergießen überall hin folgte. Unser Schiff, der schwarze Falke, vermochte jedes andere Schiff zu überholen und abzuhängen, das unter der Piratenflagge segelte. Oftmals musste Kapitän Dwayl eine entlegene Insel am östlichen Rande des karibischen Meeres anlaufen und dort das Schiff von seinem Gewicht aus Dublonen und Goldbarren befreien. Die Insel lag weit ab von den üblichen Wasserstraßen und war weder den Karten noch anderen Seeleuten bekannt, und daher war sie für unsere Zwecke hervorragend geeignet. Es war ein Ort mit Palmen, Sand, Klippen und einem kleinen Hafen, der von den gebogenen, ausgestreckten Armen zweier zerklüfteter Riffe gestützt wurde, von denen der dunkle Ozean hochstieg und seine Krallen aus weißer Gischt wetzte, ohne die stillen Wasser dahinter aufzuwühlen. Ich weiß nicht, wie oft wir die Insel bereits besucht hatten, aber die Erde unter etlichen Kokosbäumen war gesättigt mit unseren versteckten Schätzen. Dort hatten wir die Beute von Schiffen vergraben, die mit Gold- und Silberbaren beladen gewesen waren und mit den schweren Geschirren und Juwelen von Bischofsstätten. Doch wie es bei allen sterblichen Dingen der Fall ist, kamen unsere Besuche dort schließlich zu einem Ende. Wir hatten wieder einmal große Beute gemacht, wären aber länger auf See und bei den Routen der Spanier geblieben, wenn nicht ein gewaltiger Sturm gedroht hätte. Wie es der Zufall wollte, befanden wir uns in der Nähe der geheimen Insel, als der Himmel sich allmählich schwärzte. Unser Schiff taumelte durch die beständig stärker werdende Dünung, und so flohen wir zu unserem ruhigen Hafen und erreichten ihn bei Anbruch der Nacht. Vor dem Morgengrauen war der Hurricane vorbeigezogen, und die Sonne stieg in den wolkenlosen Himmelsfarben Bernstein und Blau auf. Wir gingen an Land und vergruben unsere Truhen voller Münzen und Edelsteine und Barren, was einige Zeit in Anspruch nahm, und danach füllten wir unsere Wasserfässer an einer kühlen, süßen Quelle, die nicht weit im Landesinneren unter einem Palmen bestandenen Hügel austrat. Inzwischen war es mitten am Nachmittag. Kapitän Dwail plante bald wieder den Anker zu lichten und der westlichen Sonne in die Karibik hineinzufolgen. Wir waren zu neunt und luden die letzten Fässer in die Boote, während der rote Barnaby uns beaufsichtigte und fluchte, wir seien langsamer als Klappschildkröten. Wir standen knietief im lauwarmen, trägen Wasser, als der Kapitän plötzlich sein Fluchen einstellte, und wir bemerkten, dass er uns nicht länger beobachtete. Er hatte uns den Rücken zugewandt und beugte sich über einen seltsamen Gegenstand, der mit der Flut angespült worden sein musste. Es handelte sich um ein großes, mit Seepocken übersätes Ding, das im Sand des Strandes lag und halb aus dem seichten Wasser herausragte. Aus irgendeinem Grund hatte niemand von uns es bisher bemerkt. Der rote Barnaby blieb nicht lange still. »Kommt her, ihr vom Schanker zerfressenen Hurensöhne!« rief er uns zu. Wir gehorchten willig und versammelten uns um den Gegenstand am Strand, den unser Kapitän mit großer Verblüffung untersuchte. Auch wir waren sehr erstaunt, als wir uns das Ding aus der Nähe ansahen, und keiner von uns konnte mit Sicherheit sagen, worum es sich handelte. Der Gegenstand hatte die Form eines mächtigen Kruges mit einem verjüngten Hals und einem großen, runden, dickbauchigen Körper. Er war vollkommen mit Muscheln und Korallen bewachsen, die sich lange Zeit hindurch in den Tiefen des Ozeans auf ihm gesammelt zu haben schienen, und geschmückt war er mit Seetang und solchen Meeresblumen, wie wir sie noch nie gesehen hatten, sodass wir nicht bestimmen konnten, aus welcher Substanz das Ding bestand. Auf den Befehl von Kapitän Dwayl rollten wir es ganz aus dem Wasser, sodass die Wellen es nicht mehr erreichen konnten, und in den Schatten der nahen Palmen hinein. Es bedurfte der Mühen von vier Männern, um das sperrige Ding zu bewegen, das seltsam schwer war. Wir stellten fest, dass es auf dem einen Ende gut und sicher stand, und aufgerichtet reichte es bis zu den Schultern des größten Mannes. Vielleicht nicht so große wurden von den Römern dazu benutzt, die köstlichsten Verlerner- und Korzinerweine aufzubewahren. Heutzutage wird ein spanischer Wein, der aus Walde Panias in Irdenen am Foren gelagert. Aber das hier stammt, wenn ich mich nicht irre, weder aus Spanien noch aus dem antiken Rom. Es sieht so alt aus, dass es von der lange versunkenen Insel Atlantis stammen könnte, von der Plato spricht. In diesem Gefäß sollte sich ein wahrhaft edler Tropfen befinden, ein Wein, der reifte, als die Welt noch jung war. Vor der Gründung von Athen und Rom, und der vielleicht mit den Jahren an Feuer und Stärke gewonnen hat. Oh, meine Meeresschurken! Wir segeln nicht aus diesem Hafen ab, bevor dieses Fass angestochen wurde. Und wenn der Wein darin gut und trinkbar ist, feiern wir heute Nacht am Strand. Genauso gut könnte es eine Urne sein, voller verseuchter Asche und Schlacke, sagte der Mart Roger Aglow, und dessen Gedanken meistens eine düstere Wendung nahmen. Der rote Barnaby hatte sein Entermesser gezogen und schnitt eifrig die Schicht aus Muscheln und fantastischen Korallengewächsen vom oberen Ende des Gefäßes. Er entfernte Schicht nach Schicht und fluchte heftig über diese Ablagerungen so vieler vergessener Jahre. Schließlich kam ein großer Stopfen aus Ton zum Vorschein, versiegelt mit klarem Wachs, das mit der Zeit härter als Bernstein geworden war. In den Stopfen waren seltsame, deutlich zu erkennende Buchstaben einer unbekannten Sprache eingeritzt, aber das Wachs widersetzte sich der Spitze des Entermessers härtnäckig. Also hob der ungeduldige Kapitän einen abgebrochenen Steinbrocken auf, den ein kleinerer Mann kaum hätte tragen können, und zerbrach damit den Hals des Gefäßes. Selbst in jenen Tagen war ich, Stephen McBain, der einzige Puritaner in dieser christenlosen Mannschaft, kein Liebhaber des Weins und anderer alkoholischer Getränke, sondern bei allen Gelegenheiten ein standhafter Rechabiter gewesen. Deshalb hielt ich mich zurück und verspürte nichts als Missbilligung, als sich die anderen gegen das Gefäß drückten und gierig dessen Inhalt erschnüffelten. Sofort nach der Öffnung der Amphore drangen heidnische Gewürze in meine Nase, schwer und seltsam, zusammen mit einem starken Weinduft, und schon das Einatmen dieser Dünste verursachte mir eine gewisse Benommenheit, sodass ich es für klug ansah, mich noch weiter zurückzuziehen. Doch die anderen verhielten sich wie Mücken um einen Gärbottich im Herbst. »Verdammt, das ist ja ein königlicher Tropfen!« brüllte der Kapitän, nachdem er einen Finger in das Gefäß getunkt und die purpurnen Tropfen angesaugt hatte, die daran kleben geblieben waren. »Schnell, ihr wandelnden Fleischeintöpfe! Füllt unsere Wasserfässer an Bord und ruft alle Hände an Land! Es soll bloß eine Wache auf dem Schiff bleiben! Wir werden eine Festnacht haben, bevor wir weitere Spanier überfallen!« Wir gehorchten seinem Befehl, und unter der Mannschaft des Schwarzen Falken erhob sich ein großes Freudengeheul, als bekannt wurde, was wir gefunden hatten und dass sich unsere Abreise verzögern würde. Drei Männer brummten verbittert darüber, dass sie nicht an dem Zechgelage teilnehmen konnten, denn sie wurden zur Bewachung an Bord gelassen, auch wenn in jenem ruhigen Hafen eine solche Vorsichtsmaßnahme eigentlich unnötig war. Wir anderen kehrten an den Strand zurück und brachten einen Vorrat an Bechern mit, in denen wir den Wein kredenzen wollten, sowie Vorräte für ein zünftiges Fest. Dann sammelten wir Treibholz, mit dem wir ein großes Feuer errichteten, und wir fingen einige gewaltige Schildkröten am Strand und gruben ihre versteckten Eier aus, und so hatten wir vielfältige Speisen im Überfluss. An diesen Vorbereitungen nahm ich ohne großen Eifer teil. Da Kapitän Dwayle meine übliche Enthaltsamkeit kannte und von bösartiger und peinigender Art war, hatte er meine Anwesenheit bei dem Fest befohlen. Ich erwartete jedoch kaum mehr als einige derbe Zoten auf meine Kosten, wie es bei solchen Gelegenheiten üblich war, und da ich frisches Schildkrötenfleisch sehr schätzte, ergab ich mich nicht ganz so ungern in mein Schicksal, der bloße Beobachter des babylonischen Zechgelages der anderen zu sein. Bei Anbruch der Nacht begann das Schlemmen und Zechen, und das Feuer aus Treibholz, in dessen Flammen unheimliche Hexenzungen aus Blau und Grün und Weiß tanzten, sprang hoch in die Dämmerung, während vom Sonnenuntergang nur noch eine Handvoll roter Glut auf dem purpurnen Meer übrig blieb. Es war ein seltsamer Wein, den die Mannschaft und der Kapitän aus ihren Bechern tranken. Ich sah, dass er zähflüssig und dunkel war, als ob er mit Blut vermischt worden wäre, und die Luft war vom starken, heißen und unheiligen Gestank jener heidnischen Gewürze erfüllt. Es roch so, als wäre die uralte Geruft eines Kaisers erbrochen worden. Seltsamer noch war der Rausch, zu dem dieser Wein verhalf, denn all jene, die ihn tranken, wurden still und nachdenklich und mürrisch. Keine unsüchtigen Lieder wurden gesungen, keine effischen Scherzchen getrieben. Der rote Barnaby hatte länger als die übrigen gezecht. Er hatte bereits damit begonnen, den Wein zu verkosten, während die Mannschaft die Vorbereitungen zum Fest traf. Zu unserer Verwunderung hörte er nach dem ersten Becher damit auf, uns zu verfluchen, und er scheuchte uns nicht mehr herum. Ja, er achtete gar nicht mehr auf uns, sondern spähte in den Sonnenuntergang, mit Augen, in denen sich die Verwunderung über unbekannte Träume spiegelte. Und als die anderen mit ihrem Trinkgelage begannen, verhielten sie sich allmählich genauso, und ich wunderte mich sehr über die ungewohnte Macht des Weines. Einen solchen Rausch hatte ich noch nie beobachtet, denn sie sprachen und aßen nicht mehr und bewegten sich nur dann, wenn sie ihre Becher aus dem mächtigen Gefäß nachfüllten. Hinter dem flackernden Feuer nahm die Nacht bald die Färbung von Indigo-Blau an. Kein Mond stand am Himmel, und der Feuerschein blendete die Sterne aus. Ein Trinker nach dem anderen erhob sich von seinem Platz und starrte in die Finsternis, die über dem Meer lag. Unruhig standen sie da, beugten sich vor und spähten, angestrengt wie Männer, die etwas Wunderbares sehen. Sie murmelten einander auf seltsame Weise mit unverständlichen Worten zu. Ich wußte nicht, warum sie da standen und starrten und murmelten. Vielleicht war es eine Art von Wahnsinn, den der Wein über sie gelegt hatte, denn nichts war in der Finsternis zu sehen, und ich hörte nichts außer dem leisen Murmeln der Wellen, die an den Strand schlugen. Das Geflüster wurde lauter, und einige hoben die Hände und zeigten in Richtung des Meeres. Sie plapperten wild wie im Fieberwahn. Als ich ihr seltsames Verhalten bemerkte und darüber nachsahm, welche Wendung ihr Wahnsinn noch nehmen mochte, kam ich auf den Gedanken, mich den Strand entlang zurückzuziehen. Aber als ich die ersten Schritte machte, schienen diejenigen, die in meiner Nähe standen, aus ihrem Traum zu erwachen und hinderten mich mit groben Griffen am Fortgang. Sie hielten mich fest, während sie trunkenes Geplapper von sich gaben, das für mich keinen Sinn ergab, und einer von ihnen zwang mich aus einem Becher den purpurnen Wein zu trinken. Ich kämpfte gegen sie an und war doppelt unwillig, den namenlosen Tropfen zu verkosten, und so wurde viel davon verschüttet. Das Getränk war so süß wie flüssiger Honig, brannte aber wie Höllenfeuer in meiner Kehle. Ich drehte mich benommen um und allmählich ergriff eine Art dunkler Verwirrungbesitz von meinen Sinnen. Ich schien zu hören, zu sehen und zu fühlen wie bei einem rasch steigenden Tropenfieber. Ich hatte den Eindruck, dass die Luft um mich herum heller wurde und den Schimmer geisterhafter Blutröte annahm. Es war ein Licht, das nicht vom Feuer und auch nicht vom nächtlichen Himmel stammte. Ich gewahrte die Gesichter und Gestalten der Zechenden, die keine Schatten warfen und von einem rosigen Phosphorizieren umgeben waren. Und weit vor ihnen war der ganze dunkle Horizont, auf den sie starrten, von dem seltsamen Licht erleuchtet. Verrückt und unheilig war die Vision, deren ich teilhaftig wurde, denn die Wellen im Hafen schwappten nicht mehr gegen den Sand und das Meer war vollkommen verschwunden. Der schwarze Falke war nicht mehr da und dort, wo die Riffe gewesen waren, erhoben sich nun gewaltige Marmormauern, gerötet wie von fernen Sonnenuntergängen. Über ihnen erhoben sich die gewaltigen Kuppeln heidnischer Tempel und die Türme Paganer Paläste und darunter befand sich die breite gepflasterte Straße, über die endlose Menschenmengen schritten. Ich glaubte, auf eine unvorstellbar alte Stadt zu schauen, wie sie in der Glanzzeit der Erde existiert haben mochte, und ich sah Bäume in den Terrassengärten, schöner als die Palmen in Eden. Ich lauschte und hörte die Klänge von Lauten, die so süß wie das Seufzen von Frauen waren, und Hörnerschall erzählte von vergangenen, ruhmvollen Begebenheiten, und ich vernahm das wilde und gleichzeitig liebliche Singen von Menschen, die zu einem geheimen heiligen Feste innerhalb der Mauern schritten. Ich sah, wie das Licht aus der Stadt nach oben stieg, geboren auf den Straßen und in den Häusern. Es blendete den Himmel, und der Horizont dahinter verschwamm in einem schillernden Nebel. Es gab ein Gebäude, einen hohen Tempel, der alle anderen überragte und aus dem sich das Licht in rötlicherer Flut ergoss, und aus seinen offenen Portalen drang Musik, so zauberisch und betörend, wie die fernen Stimmen lange vergangener Jahre. Freudig schritten die Massen durch die Portale in das Innere, aber niemand kam wieder heraus. Die unheimliche Musik schien mich zu rufen und zu locken, und ich sehnte mich danach, durch die Straßen der fremdartigen Stadt zu schlendern, und es erfasste mich das tiefe Verlangen, mich unter das Volk zu mischen und in den schimmernden Tempel einzutreten. Nun wusste ich wahrlich, warum die Zecher in die Finsternis gestarrt und verwundert gemurmelt hatten. Ich wusste, dass auch sie unbedingt diese Stadt betreten wollten, und ich sah eine große Straße aus Marmor gebaut und in rötlichem Glanz schimmernd, die vor ihren Füßen begann und über Wiesen auf denen unbekannte Blüten wuchsen, bis zu den ersten Gebäuden reichte. Als ich zusah und lauschte, wurde das Singen noch süßer und die Musik noch seltsamer, und der rötliche Glanz wurde stärker, so hell wie das Schimmern verschollener Sonnen, die durch Nekromantie aus der ewigen Nacht zurückgeholt wurden. Ohne einen Blick zurückzuwerfen, ohne ein Wort oder einen Wink an seine Männer, ging Kapitän Dwayle langsam voraus und betrat die Marmorstraße wie ein Träumer, der im Schlafe wandelt, und es folgten ihm Roger Erglone und einer nach dem anderen auf dieselbe Weise und Schritten auf die Stadt zu. Ich hätte ihnen folgen sollen, denn auch ich wurde von der verhexenden Musik angezogen. Doch mir schien, ich war bereits früher einmal durch die Straßen dieser Stadt geschlendert und würde die Dinge kennen, von denen die Musik erzählte und die Stimmen sangen. Ich erinnerte mich, warum die Menschen in ewigem Strom den Tempel betraten und nicht wieder daraus hervorkamen. Mir schien, ich sollte dort vertraute und geliebte Gesichter wiedersehen und an Mysterien teilnehmen, die aus versunkener Zeit herrührten. All dies hatte der Wein während seines Schlafes in den Tiefen des Ozeans in der Erinnerung behalten, und ich konnte es einen Augenblick lang sehen und erfahren. Es war gut, dass ich weniger als die anderen von diesem bösen, heidnischen Tropfen getrunken hatte und daher weniger als sie von seinen betörenden Visionen berauscht war. Denn als Kapitän Duell und seine Mannschaft auf die Stadt zugingen, schien mir, dass der rosige Schimmer ein wenig schwächer wurde. Die Mauern erzitterten und wurden dünn und die Kuppeln verwehten. Der rosenfarbene Schein verschwand. Das Licht war nun so bleich wie Phosphor in einem Grab, und die Menschen gingen wie Phantome unter dem dünnen Rufen geisterhafter Hörner und unter gespinstischem Singen einher. Schwach kehrten über die versunkene Marmorstraße wieder die Hafenwellen zurück, und der rote Barnaby und seine Männer gingen unter ihnen dahin. Allmählich verdunkelte sich das Wasser über den verblassenden Türmen und Mauern, und die Mitternacht lag schwarz über dem Meer, und die Stadt verschwand wie die letzten Perlen des Weins. Ein Grauen überkam ich, denn ich kannte das Schicksal der anderen. Rasch floh ich und taumelte in der Dunkelheit auf den Palmen bestandenen Hügel zu, der die Insel bekrönte. Während ich diesen Hügel hochlief, schaute ich zurück zum Ozean und sah eine Laterne, die an Bord des schwarzen Falken im Hafen brannte, und ich sah das letzte Glühen unseres ersterbenden Feuers am Strand. Dann betete ich mit ängstlichem Eifer und wartete auf die Morgendämmerung. Und dann betete ich auf die Morgendämmerung. Untertitelung des ZDF, 2020